Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englischlehrer Ted Stanetsky. Heute auf dem Stundenplan Clock Clock mit Love You Again. Klasse übersetzt von Klasse 4 der Grundschule Regenbogen in Bernburg. Mira, Abby, Jolene, Paulina, Jerome, Eddie, Luis, Hendrik, Nicolina, Milan, Ni, Emi, Lilli und Elias über eine Beziehung, die an und aus und an und aus geht. Du bist die einzige Tür, die ich nicht zuhalten kann. Ich bin für immer dein. Ich tausche das Schloss nicht aus. Ich erinnere mich, wie du weggegangen bist. Ich finde die guten alten Zeiten doof, weil du auf einmal weg warst und ich bin noch hier. Er kann nicht loslassen. Er kann sie einfach nicht vergessen. Sie ist immer da, obwohl sie weg ist. Ich wundere mich. Wie kann mein Herz leben, wenn du es so oft gebrochen hast? Ich liebe dich immer wieder. Ich liebe dich immer wieder, obwohl ich weiß du nicht. Es gibt kein Zurück mehr, obwohl er es sich so sehr wünscht. Ich stelle mir vor, wie wir auf dem Sofa sitzen deines besten Freundes in vielen Jahren. Und Gott weiß, was wir machen. Ich erinnere mich, wie du deinen Koffer gepackt hast. Und die Koffer sind alles, was du da gelassen hast. Klok, klok mit Love You Again. Klasse übersetzt von Klasse 4 der Grundschule Regenbogen in Bernburg. Möchtet ihr auch mal so in love sein? In love sein mit dem Englischunterricht der anderen Art? Dann bewerbt euch. Egal ob Lehrer, Eltern, Schüler. Nur ein Klick zum Glück. Radio SAW.de. Und mit etwas mehr Glück gewinnt ihr noch eine Hammer-Klassenfahrt mit A und O Hostels. Good luck, better luck, best luck. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Nur hier auf Radio SAW.